Nachdenkseiten. Die kritische Website. Abschied vom Altpapier. Der Spiegel hat fertig. Das folgende ist ein gemeinsamer Text von Ulrike Gero, Patrick Bab, Sucharit Bhakti und Michael Mayn. Sie waren am 27. Mai gemeinsam Ziel einer Spiegelattacke. Mit einem Vorwort von Albrecht Müller. Der Spiegel redet politischen Säuberungen in Universitäten das Wort. Das jedenfalls ist die Botschaft des Artikels Prof. Dr. Kokolores vom 27. Mai 2023. Zitat. Rauswerfen oder aushalten. Die Universitäten tun sich schwer mit Lehrenden, die Verschwörungstheorien anhängen oder inhaltlich abdriften. Wie weit reicht die Freiheit von Lehre und Wissenschaft? Zitat Ende. Der im Schrifttext verlinkte Artikel steht hinter der Bezahlschranke. Die Hauptaussagen des Artikels sind folgende. Zu Michael Mayn. Zitat. In einem Online-Interview lobte der Professor gedruckte Medien als Schutz vor Überwachung und Kontrolle, offenbar durch eine nicht näher beschriebene Macht, die der deutschen Medienlandschaft nahestehe. Geraune, wie man es von Verschwörungstheoretikern kennt. Die Süddeutsche berichtete, der Professor werde nun auf Wunsch der Universität vom Verfassungsschutz überprüft. Und weiter. Wenn Professorinnen und Professoren sich in solche Gesellschaft begeben, bringen sie ihre Hochschulen in Schwierigkeiten. Die müssen abwägen. Zwischen der Freiheit von Lehre und Wissenschaft sowie Meinungsfreiheit einerseits und möglichen Durchgreifen andererseits. Zitat Ende. Zu Suharit Bhakti. Zitat. Kokolores mit einem wissenschaftlichen Anspruch zu versehen, ist insbesondere für Lehrstuhlinhaber leicht. Der Professorentitel entfaltet fast automatisch seine Wirkung. Das nutzen Akteure wie der Medizinprofessor Suharit Bhakti, der die Corona-Krise als konstruiert, erfunden und erlogen bezeichnet hat. Zitat Ende. Zu Patrick Barb. Zitat. Die Universität Kiel zog ebenfalls wegen eines auffälligen Dozenten vor Gericht, konnte sich aber nicht durchsetzen. Sie hatte dem früheren NDR-Journalisten Patrick Barb einen Lehrauftrag entzogen, nachdem er als sogenannter Wahlbeobachter zu russischen Scheinreferenten in besetzte Regionen der Ukraine gereist war. Zitat Ende. Zu Ulrike Gero. Zitat. Ganz anders in Bonn. Dort fanden sich Ende April rund 30 Studierende vor dem Amtsgericht zu einer Demonstration ein, zur Unterstützung der Universitätsleitung. Die hatte der angestellten Professorin Ulrike Gero gekündigt, wegen mehrerer aus Sicht der Uni bestätigter Plagiate in Veröffentlichungen der Politikwissenschaftlerin, wie es in einer Erklärung der Hochschule heißt. Zitat Ende. Statt Nachrichten präsentiert das selbsternannte Nachrichtenmagazin Lügen und Framing. Der Artikel zeigt beispielhaft den journalistischen Zerfall der selbsternannten Qualitätsmedien. Ein Freund aus Stralsund, Mediziner, 70, Studium in St. Petersburg, erinnert sich. Habe während der deutschen Teilung Spiegel gelesen. Während der Studienzeit hat Vater ihn aufgehoben, auf das ich ihn in den Ferien überfliegen möge. 1991 kamen zwei Spalten über DDR-Weine mit 14 groben Fehlern. Ich war kompetenter. Hochgerechnet enthielt das Heft 400 grobe Fehler. Ich habe nie wieder einen Spiegel gekauft. Zitat Ende. Der Artikel Prof. Dr. Kukulores im Spiegel vom 27. Mai 2023 gibt ihm nachträglich recht. Der Beitrag ist anonym. Geschrieben hat ihn Lisa Doom. Der Hinweis findet sich in der Datenbank Nexus. Das herauszufinden, nennt man Recherche. In diesem Punkt hat Lisa Doom noch schlummernde Potenziale. Früher waren Spiegelautoren immer stolz, die Artikel mit ihren Namen zu ziehen. Sogar Zuarbeit wurde vermerkt. Aber die in Anführungszeichen postmordenden Guerilla-Hackenschützen der inzwischen ziemlich verkommenen leitmedialen Journalie schießen lieber aus dem Hinterhalt wie Snipers vom Dach. Das Problem ist die Masche des Spiegel. Und der dahinterstehende Habitus. Dass das selbsternannte Nachrichtenmagazin eben genau das nicht ist, wusste schon Hans Magnus Enzenberger 1957. Er schreibt All das trifft hier wieder einmal zu. Ulrike Gero. Die Europa-Expertin tauchte mit großem Bild auf. Prominent verkauft sich gut. Sie ist die bekannteste der angeblichen Kokolores-Produzenten. Das Buch Endspiel Europa, das sie mit dem Kulturphilosophen Hauke Ritz geschrieben hat, ist ein Renner. Es handelt vom Scheitern des Projektes Europa und dem Krieg in der Ukraine. Die Autoren wissen, wovon sie reden. Das Buch ist gut belegt und befindet sich im Einklang mit dem Forschungsstand. Schon 2016 hat der Osteuropa-Experte Professor Richard Sackwar vom Selbstmord Europas im Ukraine-Konflikt gesprochen. Der Außenpolitik-Experte Professor John Mersheimer von der University Chicago macht die EU-Osterweiterung mitverantwortlich für den russischen Angriffskrieg. Aber der Forschungsstand ist Lisa Duhm egal. Sie kennt ihn offenbar nicht. Sie zeigt auch eine Rechenschwäche. Nicht 30 Gegendemonstranten erschienen zum Gütetermin vor dem Amtsgericht Bonn, sondern laut Augenzeugenberichten nur ca. 15, also die Hälfte. Die viel größere Zahl von Unterstützern, es waren mindestens 80 Demonstranten, die vor dem Gericht für Ulrike Gero auf die Straße gegangen sind, unterschlägt die Autorin. Im Lehrbuch steht, Ausgewogenheit heißt, alle Aspekte. Was Lisa Duhm hier macht, ist Agenda-Cutting. Fälschen durch Weglassen. Die Universität Bonn hat sich am 30. Oktober 2022 von Ulrike Gero und ihrem Buch distanziert und sich dabei geschlossen an die Seite des ukrainischen Volkes gestellt. Eine unübliche Erklärung für eine Universität, die als Städte freier Forschung neutral und distanziert sein sollte. Die Kündigung wegen Plagiatsvorwürfen hat den Beigeschmack einer Aufkündigung der Freiheit von Forschung und Lehre nach dem Artikel 5 Grundgesetz. Denn es geht um Lappalien. Sie sind vorgeschoben. Ein Gericht wird dies zu klären haben. Aber der Grundsatz in dubio pro reo hat den Spiegel, das Skandalblatt der Republik, noch nie interessiert. Lisa Duhm folgt in ihrer Darstellung lieber dem Mob auf der Straße und bedient dessen Gier nach öffentlichem Denunziantentum. Dem Spiegel zufolge müssen Hochschulen abwägen, zwischen der Freiheit von Wissenschaft, Forschung und Lehre sowie der Meinungs- und Pressefreiheit einerseits und möglichem Durchgreifen. Abwägen also zwischen Rechten mit Verfassungsrang und Eingriffen in diese verfassungsmäßigen Freiheitsrechte, was nur unter engen gesetzlichen Voraussetzungen möglich ist. Unter dem vom Spiegel gewünschten Durchgreifen ist offensichtlich der Entzug des Professorentitels und der Verlust des Arbeitsplatzes für unbequeme Wissenschaftler gemeint. Geht es nach dem Magazin, soll sich die Hochschule auffühlen als verlängerter Arm der Exekutive. Diese Position ist klar gegen Artikel 5 des Grundgesetzes gerichtet und damit eine Aufforderung zur Zensur. Sollte nicht im wissenschaftlichen Diskurs erarbeitet werden, wo die Grenze zwischen sogenannten Kokolores und Wissenschaft verläuft. Genau das fordert Sucharit Bhakti schon lange. Im Spiegel steht, Professor darf er sich weiterhin nennen. Aha, die Masche des Spiegel, Aussagen von Bhakti und den anderen Kokolores-Professoren einfach als absurd abzutun, höhnisch dazu, ohne das Argument, also den Sachverhalt, auch nur ansatzweise zu prüfen. Moral ersetzt Verstand. Die Anti-Aufklärung findet im Spiegel ihre willigen Helfershelfer im Gewand der meist woken Jungjournalisten mit Karriereambitionen. In der Redaktion regiert die griechische Tragödie à la Aeschylos. Es ist des Menschen Charakter, den der fällt, zu treten. Die, auf denen herumgetreten wird, sind die Trittleiter für die eigene Karriere. Die fachliche Autorität des Professorentitels ist dem Spiegel nur genehm, wenn die Redaktions- und Regierungslinie bestätigt wird. Die Ex-Volontärin im Panorama-Ressort widerlegt den unliebsamen Wissenschaftler mit inhaltlosen Faktencheck. Man liest weiter im Spiegel, Kokolores mit einem wissenschaftlichen Anstrich zu versehen, ist insbesondere für Lehrstuhlinhaber leicht. Kokolores mit einem journalistischen Anstrich zu versehen, ist insbesondere für Spiegel-Redakteure leicht. Die vermeintliche Autorität des Spiegel entfaltet fast automatisch ihre Wirkung. Wenn der Leser aber allzu oft mit Sotisen an der Nase herumgeführt wird, geht die Masche nach hinten los. Die verkaufte Auflage ist seit 1998 um 33,5 Prozent gesunken. Dies muss dann mit finanzieller Förderung durch die Gates-Stiftung kompensiert werden. Hat der Kampf der Lisa-Doom gegen vermeintliche Verspörungstheorien vielleicht auch damit zu tun, dass die Bill & Melinda Gates Foundation, die für Massenimpfungen gegen Corona eintritt, den Spiegel in Millionenhöhe bezuschusst? Oder dass sich Journalisten bei der Bundesregierung gerne mal ein Zubrot verdienen? Nähere Informationen finden Sie am Ende des Schrifttextes hierzu verlinkt. Follow the Money – so funktioniert Recherche. Dass der Spiegel als einst herrschaftskritisches, investigatives Journal ausgedient hat und Grundbegriffe journalistischen Arbeitens, die Suche nach Akteuren, Interessen und Motiven, in einer luftigen Wolke von Verschwörung verschwindet, ist ein Problem für die Republik. Zu beklagen ist die Neutralisierung jedwieder Kritik und mithin das ungebremste journalistische Durchwinken regierungsamtlicher Positionen. Michael Mein Die Überschrift Prof. Dr. Kokolores ist eine Variation des Artikels Prof. Dr. Verschwörung über Stefan Homburg, der am 14. Mai 2020 in der Süddeutschen Zeitung erschienen ist. In dem Artikel geht es darum, dass Prof. Homburg die Corona-Kontaktsperren für Unfug hielt, was sich im Nachhinein auch als richtig herausgestellt hat. Die Schlagzeile war also im Falle Homburg schon Unsinn und wird durchs Variieren nicht besser. Lisa Doom schreibt, zu einem Gespräch ist der Professor nicht bereit, eine Anfrage des Spiegel blieb unbeantwortet. In ihrer Anfrage vom 2. April 2022 war aber von einem Gespräch keine Rede. Dass mein Geraune liefere, wie man es von Verschwörungstheoretikern kenne, zeigt nur, dass sie ihm die Spiegelmasche aufdrückt. Wobei allein schon der Begriff Geraune derart tendenziös ist, dass er sich für einen analytischen Artikel eigentlich verbietet. Eine Auseinandersetzung mit der wissenschaftlichen Arbeit von Michael Mayn findet nicht statt. Er gibt Lisa Doom zu erkennen, dass sie nichts von ihm gelesen hat. Dann wüsste sie nämlich, dass sie selbst in der von Mayn beschriebenen Propagandamatrix drin hängt. Die de facto anmaßenden Fragen, die Lisa Doom stellt, kann sie teils selbst beantworten, teils findet sie die Antworten von Mayn im Netz. Dort hat Mayn auch erklärt, was er von solchen Denunziationsetiketten hält. Sie sind untauglich für eine wissenschaftliche, juristische oder journalistische Beweisführung und richten sich abwertend gegen die Zielperson. So etwas nennt man Denunziation. Vorverurteilung statt Erkenntnisinteresse. Hans Magnus Enzensberger zitiert das Statut des Magazins. Die Form, in der der Spiegel seine Nachrichtengehalt an die Leser heranträgt, ist die Story. Zitat Ende. Doch die Story hat für den Autor einen Haken. Zitat Er muss die Fakten interpretieren, anordnen, modeln, arrangieren. Aber er darf das nicht zugeben. Ich kenne keine Publikation, die es in der Technik der Suggestion, des Durchblickenlassens, der Insinuation weitergebracht hätte als der Spiegel. Die Wahrheit wird durch diese Technik allerdings nicht aufgehellt, sondern vielmehr paralysiert. Zitat Ende. Die Relotius-Affäre lässt grüßen. Eigentlich hatte der Spiegel damals schon fertig. Der Begriff Verschwörungstheorie ist sowieso ein brauchbares Gefäß, was vor allem jeder Journalist wissen müsste, dem es noch darum gehen sollte zu erfassen, was ist passiert. Der Begriff verstellt den analytischen Zugang. Er bietet, wie Umberto Eco sich ausgedrückt hat, eine Form, die jeder nach Belieben mit einem Inhalt füllen kann. Dies dient, so Sigmund Baumann, Zitat, der Politik der Ausgrenzung, derer sich die herrschenden Mächte als Strategie zur Lenkung der Gesellschaft im Allgemeinen und als bevorzugte Technik des Regierens im Besonderen befleißigen. Zitat Ende. Begriffe wie Verschwörungstheorie, so nichtssagend sie sind, zielen nicht auf Debatte, sondern darauf, die Zielperson als blind für Tatsachen und getrieben von bösen Absichten hinzustellen. Bei Sigmund Baumann liest man in Retrotopia, die Zuschreibung übler Absichten macht den Beweis der eigenen Aufrichtigkeit überflüssig. Sich solche Botschaften auch nur anzuhören, käme einem Verrat an, unserer Identität gleich, durch den unsere Entschlossenheit geschwächt und die Grundfesten der Welt, zu der wir gehören, unserer Welt, untergraben werden könnten. Zitat Ende. Solche Denunziationsetiketten des ökolibertären Bürgertums passen zum Spiegel und seiner Masche. Bei Enzensberger liest man, die Ideologie des Spiegel ist eine skeptische Allwissenheit, die in allem zweifelt, außer an sich selbst. Zitat Ende. Von der Verschwörung reden nur die, die den eigenen Standpunkt der Betrachtung nicht infrage stellen dürfen, weil sie keine Belege für ihn haben, also am Glauben hängen. Und nichts ist schlimmer, als den zu verlieren, das wusste schon Friedrich Nietzsche. Denn dann müsste man sich mit der Realität auseinandersetzen. Die Behauptung der Süddeutschen zu wiederholen, der Professor werde nun auf Wunsch der Universität vom Verfassungsschutz überprüft, macht sie nicht richtiger. Sie ist offensichtlich falsch. Voneinander abschreiben hat in der Kopfjägerjournalie längst die Recherche ersetzt. Darüber hat sich Main beim Presserat beschwert und die Beschwerde öffentlich gemacht. Auch hier hätte schon eine Suchmaschine geholfen. Genug Stoff also für eine Journalistin, die den Grundsatz Audiatur et alterer pass ernst nimmt. Was hat Lisa Duhm studiert? Den internationalen Masterstudiengang Journalism, Media and Globalization in Ahüs und Hamburg? Da scheint sie ja richtig was gelernt zu haben. Recherchieren gehört offenbar nicht dazu. Patrick Barb Der Journalist hatte nach Recherchen im Westen der Ukraine auch in den russisch besetzten Gebieten im Donbass recherchiert. Nach einer Denunziationskampagne von T-Online haben ihm zwei Universitäten die Lehraufträge entzogen. Die Hochschule für Medienkommunikation und Wirtschaft in Berlin und die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Allein durch seine Anwesenheit habe er Putins Angriffskrieg legitimiert. Patrick Barb klagte gegen den Entzug des Lehrauftrages durch die Uni Kiel. Das Verwaltungsgericht gab ihm in erster Instanz recht. Der Spiegel macht daraus Folgendes. Die Universität Kiel zog ebenfalls wegen eines auffälligen Dozenten vor Gericht, konnte sich aber nicht durchsetzen. Sie hatte dem früheren NDR-Journalisten Patrick Barb einen Lehrauftrag entzogen, nachdem er als sogenannter Wahlbeobachter zu russischen Scheinreferenten in besetzte Regionen der Ukraine gereist war. Das Verwaltungsgericht Schleswig entschied allerdings, dass die Hintergründe der Reise nicht ausreichend aufgeklärt worden seien. Die Kündigung des Lehrauftrages sei rechtswidrig. Der Streit geht auch hier vermutlich in die nächste Instanz. Zitat Ende. War es dagegen, nicht die Uni Kiel ist gegen Patrick Barb, sondern Patrick Barb ist gegen die Uni Kiel vor Gericht gezogen. Er war kein Wahlbeobachter im Donbass und ist auch nicht als solcher gereist. Von den geplanten Referenten hat er erst während der Reise erfahren. Zweck der Reise war die Recherche für ein Buchprojekt. Dieser Hintergrund wurde vor Gericht auch geklärt. Die Kammer hat aber festgestellt, dass es die Uni Kiel vor der Kündigung des Lehrauftrages verabsäumt hat, genau diese Hintergründe zu klären. Auch deshalb lautet das Urteil, dass die Kündigung nicht rechtens war. Falschaussagen und Verdrehungen, wohin man blickt. War bei Lisa Doom Vorsatz im Spiel? Denn eines steht fest, es hätte genügt, die Pressemitteilung des Verwaltungsgerichtes zu lesen. Sie steht online. Auch andere Quellen sind öffentlich. Über eine Realitätsprobe in der realen Welt reden wir hier gar nicht. Googeln ist offenbar schon zu viel verlangt. Wie steht es im Spiegelstatut? Alle im Spiegel verarbeiteten Nachrichten müssen unbedingt zutreffen. Nicht doch. Wir halten es mit Colin Crouch. Nachprüfbare Fakten spielen keine Rolle. Wir leben im postfaktischen Zeitalter. Man könnte sarkastisch sagen, die Sitzredakteure brauchen kein Handwerk mehr, sondern Killerinstinkt. Enzensberger schreibt, die Welt wird zum Häftling der Masche. Konfrontiert wurde Patrick Barb übrigens nicht. Auch Ulrike Gero wurde vom Spiegel für diesen Artikel weder gefragt, noch um ein Gespräch gebeten. Es wird ja auch nicht mehr mit Betroffenen, sondern nur noch über sie geredet, damit auch ja nichts das eigene Vorurteil gefährdet. Der Spiegel führt sich nicht auf wie ein Nachrichten, sondern wie ein Null-Recherchemagazin. Da fällt einem Karl Kraus ein. Keinen Gedanken haben und ihn ausdrücken können, das macht den Journalisten. Zumindest im Falle Lisa Doom. Das ist ganz schlechtes Handwerk. Das böse Nazi-Wort von der Lügenpresse gewinnt hier bestürzende Aktualität. Heute erscheint der Spiegel als Propagandablatt des gehobenen akademischen Mittelstandes. Das immer gleiche, so Enzensberger, wird als Spezialität verpackt und an ahnungslose Bescheidwisser verkauft. Aus diesem Milieu ahnungsloser Bescheidwisser stammen wohl auch die meisten Redakteure. Pierre Bourdieu hat den Habitus dieser Leute als respektvollen Konformismus bezeichnet. Sie buckeln nach oben und passen sich an. Die Redaktionen sind voll davon. Der Spiegel präsentiert hier weniger Gehalt als vielmehr Haltung. Sie entspricht dem Opportunismus der Intellektuellen auf Du und Du mit dem Stöckelschuh der Mächtigen. Was Lisa Duhm macht, heißt in der Medienforschung strategisches Framing. Den Lesern die eigenen Vorurteile unterjubeln, ohne dies als Kommentierung auszuweisen. Statt Recherche kommen Wertungen, damit die da oben sehen, die Redakteurin ist zu gebrauchen, die Leser wissen, was sie zu denken haben und wenn die Fakten nicht passen, werden sie passend gemacht. So empfiehlt sich Lisa Duhm für höhere Aufgaben im Lohnschreibermilieu. Maxim Biller schreibt, es ist schlicht und ergreifend das gute alte Spiegelprinzip. Die häuflerische Methode einer Zeitschrift also, deren gehirngewaschene Redaktionsmunis seit über 40 Jahren lauthals verkünden, sie brächten dem Publikum Nachrichten und Facts, um es dann aber stattdessen immer nur mit Schnurren, Anekdoten und Politkolportagen abzuspeisen, die von der ersten bis zur letzten Zeile durchkommentiert sind und jeweils einer Story-immanenten Dramaturgie folgen, die wohl eher der Literatur entlehnt ist, niemals aber damit zu tun hat, wie sich die in der Regel eher langweilige, unverkaufbare Wahrheit abgespielt hat. So bedient der Spiegelperfekt die ewige Seriösitätsheuchelei der Bildungsbourgeoisie und er selbst ist für sie aber sozusagen die Kirche, in der dann gefögelt wird. Die Heuchelei des Spiegel wird zur Waffe. Wir meinen, er beteiligt sich an Denunziationskampagnen, die darauf abzielen, die Universitäten politisch zu säubern, vorauseilenden Gehorsam unter Studenten und Wissenschaftlern zu erzwingen, Zensur durchzusetzen und die wirtschaftliche Existenz der Zielpersonen zu vernichten. Allein dies dokumentiert ihren antidemokratischen Charakter. Der Zerschlagung der Demokratie geht die Zerschlagung der demokratischen, pluralistischen Öffentlichkeit voraus. An dieser Transformation hat der Spiegel entscheidenden Anteil, denn er macht sich zum Träger der Gegenaufklärung und beeinflusst so die Transformation des demokratischen Bewusstseins. Dies hat Folgen, die über die direkte Wirkung auf seine Leserschaft hinausweisen. Beiträge wie der von Lisa Duhm tragen bei zur Vergiftung des sozialen Klimas und sägen damit an den Grundlagen der Demokratie. Der Spiegel ist bei McCarthy angekommen. Es ist ein Weg nach unten. Das Blatt ist längst kein Sturm geschützter Demokratie mehr, sondern reiht sich ein in die Gruppe der Propaganda und Konzernmedien, die dem politischen Kurs des herrschenden Parteienkartells im Bundestag und der Konzerne folgen. Die Krise des Blattes ist eine Krise seines Journalismus. Es wird noch eine Zeit lang dauern, bis man das auch in der Erikusspitze in Hamburg merkt. Das Magazin hat abgewirtschaftet. Der Spiegel hat fertig. Wir, die vier betroffenen Autoren dieses Textes, wir ärgern uns nicht über die Diffamierung, die uns hier wieder einmal widerfahren ist. Aber wir sind traurig und fassungslos über das inzwischen unterirdische Niveau einst deutscher Qualitätsmedien. Und zugleich äußerst besorgt über den Zustand der bundesdeutschen Demokratie, deren Erosion der Grundfeste an diesem desolaten Zustand der Leitmedien ablesbar ist. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie im Text auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.